Endingen – hier zusammen sein Die intakte Natur, die Nähe zu grösseren Ballungszentren und die Vertrautheit der dörflichen Struktur machen Endingen im Surbtal einzigartig. Ebenfalls einzigartig die Geschichte. Endingen wird bereits 798 in den Büchern erwähnt. 1776 wurde das Wohnrecht der Schweizer Juden in einem Tagssatzungsbeschluss auf die Gemeinden Endingen und Lengnau beschränkt. Konkret bedeutete dies, dass im 18. und 19. Jahrhundert Endingen und das Nachbardorf Lengnau die einzigen Orte der Schweiz waren, wo sich Juden niederlassen durften. Einige Häuser im Dorfzentrum zeugen noch von dieser Zeit. Den Juden war es damals nicht gestattet, mit den Christen unter einem Dach zu leben. Mit zwei Hauseingängen wurde diese Vorschrift großzügig interpretiert. Daher haben die älteren Häuser in Endingen oftmals zwei Eingänge. Heute gehen die Endinger respektvoll miteinander um und pflegen eine Kultur der Toleranz. Vieles hat sich verändert. Eines ist aber gleich geblieben. Die Gastfreundlichkeit und die Aufgeschlossenheit der Einwohner. In Endingen findet sich Wohnraum an attraktiven Lagen. Ausgezeichnete Infrastruktur und beste Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf machen Endingen für Singles, Paare oder Familien besonders attraktiv. Mit der regionalen Bezirksschule und den guten Postautobetrieben kommt dem Dorf die Bedeutung einer Zentrumsgemeinde zu. Eine Vielzahl von Vereinen gewährleistet für jeden Gusto und alle Ambitionen das passende Umfeld. Herzlich, offen und familiär. Die Region Surbtal ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort. Private und öffentliche Arbeitgeber bieten zahlreiche Arbeitsplätze an. Das ist Endingen. Einmalige Landschaften, belebtes Brauchtum, Traditionsbewusstsein gepaart mit Innovation. Endingen. Hier zusammen sein. Wir freuen uns auf Sie.